So, hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video, hab ganz vergessen auf Aufnahme zu drücken, mal wieder völlig lost, äh, keine Ahnung, hast du was dagegen? Gut, ja heute bin ich mal Raphael und Raphael ist Powerstar, wir haben die Rollen getauscht, aber pscht, das darf keiner erfahren, ne? Ja, wird eh keiner sehen, das Video, als ob Roxen das Video sehen würde, ich würd mich geehrt fühlen, wenn er einfach mal einen Kommentar hinterlässt, oder dann zu Domtendo, tolles Video, das wär's, einfach mal Domtendo einen Kommentar hinterlässt. Ne, ne, ich möcht'n unbekannter YouTuber bleiben, ich möcht'n nicht bekannt werden. Vielleicht bist du ja mal bekannt. I don't know. Ich hab ja damals auch mit YouTube aufgehört, weil ich plötzlich sehr viele Daumen runter bekommen hab, also, ich glaub, sieben Daumen hoch und fünf Daumen runter, also, das hat schon ganz klar gemerkt. Ja, ich hab schon ein paar Hater gehabt, also ein paar, die nicht meine Level, Level, meine Videos gemacht haben. Hättest du dich saßt, weil der war in der Nähe der Leiche. Botanik. Die gehen auf mich. Nein, die gehen auf mich. Weil ich bin Powerstar. Ich hab ja gesagt, die gehen auf dich. Achso, ja. Du schwerhöriger. Auweia. Wenn Julio fragt, Powerstar, wo warst du, und ich's nicht beantworten kann, was soll ich da machen? Ja, deswegen sollst du, wenn du, wenn ich's, äh, ja, wenn ich jetzt, ja, wir tauschen die Trouble, ja, dann muss ich ja, äh... Mhm. Ja, das ist grad echt verwirrt. Ja, das ist grad echt verwirrt. Und Julio fragt, wo du warst. Ja. Ja, deswegen bleiben wir das Ganze zusammen, damit wir gegenseitig wissen, wo wir waren. Aha. Ja. Ich muss ja meine Task hier grad machen. Ja, wir bleiben halt zusammen. Ja. Ja, Moment, da muss ich kurz. Hallo. Ich bin fertig. Okay, dann komm mit. Ja, jetzt, jetzt muss man ja zusammenbleiben, wir sind ja das Zweite. Ei, 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 ei. Das heißt, wenn ich jetzt tot bin, muss ich, darfst du nicht mehr reden, aber ich muss für dich reden. Das heißt, ich muss als Geist dir folgen, damit ich sagen kann, wo du warst. Stimmt, 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 ja. Ja, genau. Das ist, das ist, das ist, das ist auch das Witzige hier dran. Oh, ist das verwirrend. Okay, ich hab alle Tasks gemacht. Ich bin auch schon... So, ich mach wieder den Ton aus. Nicht, dass man dich nicht mehr hört. Im Video. Hab ich nämlich, glaub ich, noch nicht ausprobiert. Oder hab ich's mit Luca ausprobiert? Weiß ich schon gar nicht mehr. Gestern hab ich ja mit Luca gezockt. Ich freu mich schon so, wenn wir das machen. Ich bleib jetzt über Elektriken stehen. Oder... Strunk. Kommst denn du so schnell her? Hör, ich war doch die ganze Zeit hier. Echt jetzt? Hm, diese Goldbeeren sind echt lecker. Hm, ja, lecker. Gummibärchen mag ich einfach. Ist grün vielleicht der Imposter? Der hat mich gewartet mal, ja. Und das ist... Wir bleiben zusammen. Ich glaube, ich glaube, es ist rot. Ich hol' einen Cafeteria. Achso, wenn du glaubst, dass es rot ist, dann muss ich ja auch rot wählen. Ja, das ist... Ja, das... Ja, genau, genau. Wenn ich jetzt sage, ich bin... Ich denke, es ist rot, dann musst du rot wählen. Und ich nicht. Das ist das... Das ist das Geile dran. Ah! Dann dürfte ich meine Vermutung auch sagen. Er war's. Er war's. Er war's. Victory. Ich muss sagen, eines Worten hab ich grad nicht gedacht. Warte mal, ich nehm jetzt Violett und die Wollmütze. Genau. Perfekt. Und so lassen wir das jetzt. Die Farbe ist eigentlich relativ egal. Es kommt auf die Mütze und drauf an. Oder auf den Namen. Na, bei mir ist es auch immer ne andere Mütze. Hin und wieder nehm ich die Mütze. Dann die. Dann die. Ich bin dabei auch bei dieser Kapitänmütze. Ja, ja. Die ist auch voll geil. Die nimmt auch immer Luca. Wenn du dann... Wenn du dann, glaube ich, gehst, versuche möglichst pink oder lila zu bekommen. Ja. Boah, Luca hat immer... Aber du weißt, dass Roxum immer gelb nimmt. Oder pink. Ja, ist egal. Dann muss ich ja auch als Powerstar immer ne andere Farbe nehmen. Dann würde ich weiß nehmen oder so. Einfach mal schauen. Ich sag ja, die Farbe ist egal. Es kommt nur auf den Namen an. Dass jeder glaubt. Ja. Und der... Schau mal ganz kurz in den Chat. Schau mal ganz kurz in den Chat. Bitte schau mal in den Chat. Was der geschrieben hat. Also. Ja. Öhne Website. Und tu da nicht gleich eine 18 Plus Seite rein. Wie wisst du, was ich meine? Oh Mann. Ey. Du hast richtig Pornoseite. Ja. Ich wollte es wieder aussprechen. Aber ist einfach so. Ja. Mann, echt. Die sind doch alle... Ich bin kein Impostor. Und wenn einer von uns zwei Impostor ist, sollte man vor ihm wenden, damit man Bescheid weiß. Stimmt. Ich kann ja nicht privat mit dir reden. Ja, ja. Das ist das Problem. Deswegen solltest du vor mir wenden. Außer wir sagen beide, wir können heute Abend nicht reden im Chat. Also wir würden dann wie Stone einfach ruhig sein. Wir machen mit Wenden. Wir passen einfach auf, dass niemand kommt. Dann wendet er einmal und dann passt. Ja, geile Idee. Braucht das lange. Mach mal schneller. Sonst weiß man hier eigentlich Bescheid. Und dann beschuldigen meine Leute, ja, weißt du. Und dann macht mir das dann am Zutaten. Ja, das stimmt. 5, 9, 4, 2. Ich will Ihnen jetzt sagen, aber ich finde mein Quest schon fertig. Naja, ich muss die ganze Zeit warten auf die Task. Ach, du bist... Naja, du musst nicht warten, dann kannst du weggehen. Ja, das denke ich mir gerade auch, ja. Hallo. Nein. Ich darf mich auch nicht so lost verhalten wie sonst. Ja, ja. Sonst sagt Julio wieder, Raphael, warum bist du jetzt mit dem Reaktor weggelaufen? Das kenne ich doch nur von Powerstar. Sagt sie dann. Sagt sie dann. Es ist immer noch ein R. Warum denke ich bei Julio immer das... Oh, Mann. Wie ein Toilette wahrscheinlich. Ja, immer. Also, gehen wir den Plan nochmal durch. Mhm. Wenden, wenn man Imposter ist. Mhm. Wenn ich sage, ähm, ich wollte den, dann musst du das machen, nicht ich. Okay. Gehen wir mal. Und du bist der ich, deswegen. Mhm. Leim ist tot. Hast du grün gesehen? Hast du grün gesehen? Also, Leim. Nein. Leck. Leck? Leck ist... Ich glaube, es ist frei. Aber... Hm. Ich vote rot. Hallo. Ja, aber wen hätte ich gewotet? Das ist ja auch immer wichtig. Ja, das musst du dann sagen, wenn du votest. Okay. Ich skippe eigentlich immer. Und wenn du nicht sagst, dann weiß ich, ich soll skippen. Ja. Genau. Ja. Und wenn ich nicht sag, dann skippst du halt mit meiner Pistole. Also, es leben noch vier Leute. Aber das wird mit Roxen ziemlich schwer, da muss ich ja die ganze Zeit sagen. Ach Gott, das wird kompliziert. Ja. Versuch es, ist es wert. Ich habe keine Ahnung, wer es ist. Warum? Ja, ich auch nicht. Ich vermute auf, ähm, auf, auf hellblau. Komm, auf hellblau. Ich vote hellblau. Jo. Aber du musst dann auch sagen, für wen du votest. Ich würde skippen. Mal wieder. Ich habe keine Ahnung. Okay. Aber wenn die anderen sagen, wir voten jetzt den, dann voten wir ja auch den. Ja. Kann sein. Ach, das ist auch einer aus Deutschland. Lol, Ei-Boss. Weil der schreibt nicht Englisch. Der sagt, kann sein. Joa. Ich hoffe, ich habe heute nicht schon wieder in meinem Video das komische Rauschen. Das hatte ich beim letzten Video. So eine Fliege, die die ganze Zeit die Nacht in der... So ein... So ein... Die ganze Zeit so ein Rauschen halt. So, wenn er es nicht ist, dann ist es entweder pink oder dunkelgrün. Ja, ich kann es ja auch nicht sein. Und du auch nicht. Du warst ja die ganze Zeit bei mir. Jo. Jo. Ich glaube, es ist pink. Weißt du was? Nein, bleib mal hier. Bleib mal hier. Wir bleiben jetzt hier. Ja? Warte, ich renne los. Okay, wir gehen da. Komm, wir rennen zusammen los. Wir müssen die Kacke jetzt verblühen. Ja. Mhm. Ja. Ach Gott. Sechs, fünf... Na man, jetzt hat sich der Code geändert. Sieben, neun... Zwei, eins, neun. Zack. Erledigt. Wo bist du? Pink verfolgt mich gerade. Aber ich kann nicht getötet werden, solange ich in deiner Nähe bin. Also in meiner Nähe bin. Ja, keine Ahnung. Ich glaube... Ich... Ich renne. Warte mal. Wo ist Dunkelgrün hin? Wo ist Dunkelgrün hin? Sie ist doch gerade zur Cafeteria. Er ist gewentet, oder wie? Okay. Dark Queen, würde ich sagen. Safe, Dark Queen. Der ist doch gerade zur Cafeteria, glaube ich. Und ist spurlos verschwunden. Ja, he vented. Bestimmt. Bestimmt ist er gewentet. Komm, wir bleiben zusammen. Ja. Wir zusammenbleiben, dann können die uns nicht töten. Kannst du noch mal Knopf drücken? Aber jetzt nicht direkt drücken. Ja, ich kann ihn drücken. Okay, noch nicht drücken. Einfach mal schrauben. Pink wirkt ziemlich sass. Und Dunkelgrün auch. Grün aber auch. Aber der ist spurlos verschwunden. Ja, keine Ahnung, wo der hin ist. Komm, kommst du mal mit. Kommst du mal mit. Wir gehen mal nach oben. Ja. Ja. Moment. Moment. Ich hab eh noch Tasks zu erledigen. Moment. Moment. Oh mein Gott. Alter. Der Imposter hat gerade gewendet. Wer ist es denn? Man hat's gesehen, weil hier im Admin-Manga drei Leute drin. Es sind drei Leute drin. Der Imposter ist gerade unten rechts im Band. Hä? Äh, okay. Schau mal auf dem Admin. Wir sind drei Leute und wir stehen nur zwei Leute. Das heißt, der Imposter ist im Band. Jetzt ist er weg. Keine Ahnung, wo der Stand jetzt ist, aber okay. Schau, du gehst auf das Ding hier. Rück auf Admin. Und oben rechts sind die... Jetzt sind wir drei. Drei. Sie sind... Ja, siehst du das? Und hier stehen nur zwei Personen. Ich und du. Das heißt, der Imposter ist im Band. Es wird auch angezeigt, wenn der Imposter im Band ist. Ja. Krass, ne? Heftig. Weil ich renn mal raus. Bleib du mal drin. Ich renn raus. Und wenn er dich killt, dann reporte ich. Pink ist tot. Dark Green, Dark Green. Okay, grün. Der ist deutsch. Der kann auch deutsch. Ne, Junge. Ja. Du bist raus. Ja, okay, Ibims. Was ein sympathischer Mann. Was für ein sympathischer Junge, ey. Ja, okay, Ibims. Das war aber... Das mit dem Admin war cool. Er hat sich sogar selbst gevotet. Alter, war der cool. Ja, das ist nett. Ich stehe dir vorn. Among Us gibt's einen Voice-Chat. Er macht sogar weiter. Er macht sogar weiter mit ihm mit. Nö, schade. Er war im Band. Hm. Aber der Ding ist doch da. Nee, ah doch. Der ist von vorhin. Ich bin so blöd. Ja. Och Mann. Dauert wohl wieder eine Weile. Ja. Ich glaube, es ist besser, wenn ich den Ton auslasse, sonst hört man dich wahrscheinlich gar nicht. Na, ich hab's schon ausprobiert. Also der Ton ist bei vielen Videos verdammt laut. Sogar lauter als ich. Und das sagt dir schon einiges aus, weil du bist ja deutlich leiser als ich. Ja, und du scheißt mir ins Ohr. Immer noch. Nein, ich red nicht so laut. Immer. Immer. Nein? Doch. Schreien ist was anderes. Aber ich hab Kopfhörer auf. Und du nicht. Ja, das stimmt wohl. Ist ungewohnt. Ich hab halt keine Kopfhörer. Deswegen kann ich das schwer beurteilen. Wie? Du hast keine Kopfhörer. Nicht mal Kabelkopfhörer. Doch, die hab ich. Aber ich... Nimm sie nie. Der benutzt doch mal. Dann weiß sie, wie das ist. Ja. Nimm Kabelkopfhörer, steckst du an, mach auf Pulle Pulle und dann sag ich mal was. Dann weiß du, wie das ist. Das könnte ich jetzt machen, aber dann würde man dich im Video nicht mehr hören. Das ist natürlich... Weil ich ja auf Lautsprecher machen muss. Aber wir können es mal austesten dann. Nein, nein, lass es. Ja, aber hast schon recht, ja. Weil wenn ich ein Ticken zu leise mache, dann bist du irgendwie... Ähm... Ein Prozent laut. Oh, Mann. Aber ein Diskurs ist deutlich lauter für die Ohren. Boah. Da geht's richtig, ja. Ice Cream ist drin. Mh, ein Schokoladeneis. Mit... Ein Schokoladeneis mit einer Kirsche obendrauf. Mh, lecker. Aber da muss der ja braun sein. Oh, Erdbeereis. Erdbeereis. Erdbeereis mit Kirsche obendrauf. Oder Kirscheis. Und Ice Cream ist wieder weg. Schade, jetzt habe ich voll Hunger bekommen auf Ice Cream. Ja, ich auch. Hat Luca noch Zeit? Ich frage... Ich schaue mal kurz nach. Ich gucke euch wieder. Okay. Dann mache ich mal kurz auf Pause, Leute. So, Leute. Keine Ahnung, wie lange es noch dauert. Dauert halt, ne? Aber jetzt sind wir wenigstens mal zu dritt. Zu viert. Oh, jetzt geht's schnell. Raphael, du solltest langsam wieder auftauchen. So schnell bin ich doch nicht. Ah, doch. Mann, da gehe ich so. Und dann komme ich so. Und da setzt meine Koffer auf. Raphael, du solltest immer so langsam wieder kommen. Ey, da... Ja, jetzt geht's langsam schneller. Wir sind schon fünf Leute. Ich dachte, vielleicht bist du drei, vier Minuten weg. Das weiß ich ja nicht. Ich bin doch keine 30 Minuten weg. Das würde ich dir doch sagen. Drei, vier Minuten, habe ich gesagt. Ich war gerade mal 15 Sekunden weg. Und dann... Raphael, ich sollte mal langsam wieder kommen. Ja, egal. Siehst, die Runde ist schon rum. Er ist schon wieder durch. So, neun Leute. Mann, Mann. Ich bin... Oh, ich bin Imposter. Okay. Wen kriege ich als erstes? Keine Ahnung. Ja, du bist auch nur Imposter, weil es Powerstar ist. Ja, das stimmt. Selber bist du nicht oft Imposter. Und jetzt bin ich eher das Opfer und nicht mehr du. Weil ich bin Raphael. Was? Soll ich Lila killen? Nö, ich würde dich jetzt nicht killen. Lauf, lauf. Jetzt sehe ich dich wegen der Dunkelheit nicht. Ich bin weg. Ich bin durch den Wind. Ich bleibe im Wind drin. Ich habe Angst. Ich wente eigentlich nie. Ich bin so einer, der eigentlich nie wente. Ah, du hast schwarz gekillt, habe ich gerade gesehen. Ja, ja. Deswegen bin ich schnell weggegangen. Jetzt vermuten sie bestimmt Raphael. Also mich. Ja, deswegen. Oh, dann vermuten die, denn Julio, wenn man es so, dann klingt er immer dicht. Immer. Ja, immer wird Raphael rausgevotet, ne? Ja, genau. Wie ist der Grüne gestorben? Durch den anderen Imposter? Ah, ne, wir haben hier nur einen Imposter. Wir haben hier nur einen. Red is it. Äh, Left the Game vielleicht. Er hat das Spiel verlassen. Red is it. Okay. Ganz bestimmt rot, ja. Ja, dann nehme ich auch rot. Ganz bestimmt. Es ist ja nicht so, dass ich gerade ganz laut gesagt habe, dass ich Imposter bin. Aber es ist ganz bestimmt rot. Ja, die hören ja nichts. Ah. Er schreibt, er kommt. Die Leiche ist ja im Reaktor und rot kommt vom Reaktor, ja. Das ist ein gutes Argument eigentlich. Ja, das stimmt. Aber vielleicht war er ja nicht im Reaktor, sondern nur im rechten Bereich. Weißt du? Ja. Gute Arme, du tun mir ein bisschen leid. Ja, und ich bin ja gerade vom Reaktor weggelaufen, ne? Kannst froh sein, dass dich niemand gesehen hat. Also was ist denn die dicht geworden? Ja, ich bin ja in den Botanikgarten hoch. Echt? Ja. Hab dich gar nicht gesehen? Bin ganz schnell abgehauen. Aber was, da muss die Runde gewinnen. Ja. Och Mann, Rot ist so ein schlechter Verlierer, der... Ich kick den. Mal den kicken. Ja, Rot kick. So. Und tschüss. Wie viele müssen ihn kicken, damit er rausfliegt? M3. Drei Leute müssen sagen Rot kick und dann ist er weg. So geil. Wen sollen wir jetzt wählen? Dich. Ich würd's skippen. Was würdest du machen? Ich würd's jetzt eigentlich ausgeben, weil... Excusez, sag mal. Eigentlich kein... Also viele andere Spieler haben jetzt keinen Plan. Bananatyp. Okay. Ja, wieso haben wir den nicht gewartet? Dann wär er jetzt weg. Ja, ich glaub nicht, dass... Ich weiß, warum die den gewartet haben. Warum? Der hat jetzt richtig... Schnell gesagt, dass rot ist. Und das ist ja schon sehr auffällig für den Impostor. Hallo, ich mach grad hier Code. Gehen Sie bitte weg. Oh, Pink. Denkt der Weißes. Haar. Wer ist Haar? Ah ne, Pink muss noch schreiben. Schreib doch mal was, Pink. Ich geh jetzt auf Bananatyp. Okay, dann muss ich Bananatyp wählen. Ich würde skippen nochmal. Ich habe... It's blue. Okay. Okay. Ist mein Brot. Wie gesagt, ich würd nochmal skippen, aber mal schauen. Wie war Babycat? Wie war Babycat? Bruder! Ey, ich kicke. Ich kann mal Weiß kicken. Kicken. Ne, Weiß würde ich jetzt noch nicht kicken. Ja, wenn er jetzt langsam nicht vote... Da, guck. Er vote doch. Ist das? Ich hätte geskippt, aber okay, egal. Was not der Impostor. Wie könnte das so sein? Sehr gute Frage. Vielleicht ist es ja sogar Raphael. Ja, den kenne ich. Der wird immer gemobbt. Als nächstes wähle ich Raphael. Ich glaube irgendwie Raphael ist es. Du. Hä? Der stande doch gerade und raus. Wie hat er den Knopf gedrückt? Ja? Nein? Hä? Warum? Meine Güte, dieser Server. Orange. Achso, was würdest du denken? Powerstyle hätte jetzt Orange schreiben müssen. Egal. Was würdest du tippen? Als wäre ich jetzt nicht Impostor, hätte ich jetzt eigentlich... ...Pink oder Orange rausgesagt. Die sind auch alle irgendwie total dumm. Der ist raus. Jetzt wählt er Gelb. Das ist Orange. Ich skipp. Ich skipp. Hättest du mal Orange gewählt? So bist du jetzt raus. Also so bin ich jetzt raus. Hä? Ich lebe. Du bist eigentlich von den Stimmen heraus. Ich lebe. Ich mach erstmal schön Reaktor. Alter, ich schwöre, ich hab keine Hacks. Ich weiß nicht, dass ich das überlegt habe. Ey, nicht mal hast du ja rausgevotet worden, oder? Ja, eigentlich schon. Da waren zwei Stimmen. Du musst doch nur noch einen killen, oder? Nein. Gott, ich hab irgendwie Angst, dass Pink der Impostor ist. Nein, ich bin Impostor. Ich weiß, das war ja ironisch gemeint. Wobei man als Impostor auch gerne mal lügen darf. Also ich muss nicht immer die Wahrheit sagen. Jetzt haben wir einen Hacker in der Runde. Warum? Weißt du noch, wo hier vorhin orange stand und dann er den Knopf gedrückt hat? Ja, warum jetzt? Ich glaube, orange ist ein Hacker. Er steht jetzt beim Lockerwurm. Warum musst du? Ich beobachte ihn einfach mal. Also Raphael beobachtet ihn. Joa, mal schauen. Die laufen ja gar nicht mehr zum Reaktor, oder wie? Doch, doch. Das ist aber deutlich langsamer als wir. So. Wird echt knapp, ne? Ja, hoffentlich gewinnt Powerstudy-Runde. Ja, ja. Und warum läuft ihr alle zusammen? Das gefällt mir überhaupt nicht. Oh, Owens left the game. Gewonnen. Jawoll. Ne, Owens war kein Hacker. Der war nur ein bisschen seltsam. Ne, weil der stand da aber mit einem ganz anderen Namen auch. Weißt du? Ne, ja, das war seltsam. Der war nur ein anderem. Der war nur ein Hacker. Okay. Okay, Luca kommt auch nicht rein. Scheine. Er hat gesagt, er hat keine Lust. Ah, okay. Ja, das kann ich verstehen. Okay. Du hast eine Nachricht bekommen. Woher weißt du das? Ich hab's gehört. Hä? Ich hör das alles. Ich sag doch, bole, bole, komm, bole, rennen, hört man alles. Die Benachrichtigung ist auf lautlos gestellt. Tja, ich bin halt genius. Das kann jetzt sein, dass du das hörst. Ich hab das wirklich gehört. Hätt ich es ja nicht sagen können. Äh. Ich hab so ein ganz leises Blöde gehört. Okay. Ich bin ein Zauberer. Start. Start. Ja, Moment. Ich hab das eine Nachricht nochmal bekommen. Oder was? Ja, ich hab eine Nachricht bekommen. Tor für Unterhaching oder so. Oh, das würde bedeuten, Kaiserslautern liegt hinten. Ich bin Imposter. Das hast du schon mal gesagt. Bist du es echt nochmal? Nein. Nein, okay. Mit einem Imposter ist es verdammt schwer. Boah, was soll das, Sian? Nein, rausvoten, rausvoten würde ich machen. Rausvoten. Das ist leichter. White sagt er. Aber wenn er weiß sagt, jetzt warte mal. Warum sagt er weiß? Why? Ja, weil ich den weiß vielleicht, äh, es gesehen hat. Und einer tot ist. Okay, dann kann man ihn jetzt nicht kicken. Dann würde ich ihn jetzt nicht sacken. Äh, Sicken, Kicken. Ich wollte den raus. Ich wollte Laura. Oh, scheiße, dann hätte ich... Ah, Mann, ich habe jetzt geskippt. Du bist so... Jetzt tu du Sian wählen. Wähl du Sian. Ich dachte, wie im Moten, äh, du scheiß doch rum. Nein, ich kann es mir einfach nicht merken. Du bist so blöd. Ja, ich vergesse es jedes Mal. Wähl du jetzt Sian. Du vergisst alles. Alles. Ja. Ey, die sind Posten. Ist da eine? Boah, du kickst aber ganz schnell, die Leute. Ja. Rot, bitte. Okay, es ist orange. Alles klar. Und Oh! Boah, also, das war schwer. Ei. Dass die das direkt gewusst haben. Wie gelb, wie gelb, wie gelb. Wie gelb, wie gelb, wie gelb. Jetzt bist du schwarz. Ja, egal. Ich bin kein Impostor. Ja, okay, das ist auch eine sehr niedrige Wahrscheinlichkeit, dass man das hört. Erst mal die Lichter kaputt machen. Sag mal, Raphael, was soll das denn? Warum hast du die Lichter kaputt? Angehangen. Hm? Ach, du bist schwarz. Stimmt. Okay, ich bin im Admin. Geht's im Office? Okay. Kann ich ja schon mal sagen, ich hab ein Upload gemacht. Aber das wird aber mit Roxen ganz schwer funktionieren. Warum? Ich weiß ja nicht, welche Tasks du gemacht hast. Deswegen müssen wir jetzt zusammenbleiben. Ja. Zumindest gegen Ende. Wo sind die Tasks? Ach, da drüben. Beim Reaktor. Ach, da bist du. Bist du gewendet? Oder wie kannst du so schnell rennen? Ich bin durch den Tunnel gegangen. So schnell? Ja. Geht ja wirklich schnell. Okay. Sie ist super easy. Ich tut erst nur geläht. Keine Ahnung, wer es ist. Also ich würde es skippen. Und du? Und du? Ich glaube, ich glaube, ähm, einer, dass ich über Discord berät. Ich würde es skippen. Wen würdest du wählen? Äh, dunkelblau. Äh, dunkelblau. Hellblau, Mensch. Ich würde es skippen. Also skipp du für mich. Du skippst. Ich hab, äh, schon gemacht. Ja, jetzt war es doch auch den Fehler wie ich. Ja, du bist so langsam. Du sagst es erst fünf Stunden später, wenn schon alles besprochen wurde. Boah, der Pinke nervt aber. Oh, Englisch. Fragezeichen. Jetzt wegen will ich den kicken. Oh, vier zu vier. No one was ejected. Nein, ich hab Sian gewählt. Sian. Also Raphael hat Sian gewählt. Ich drücke, ich drücke, ich drücke, ich drücke, ich drücke. Ich muss wissen. Okay. Sian, ja. Okay, wir gehen auf Sian. Wir gehen beide auf Sian. Ja. Hab ja auch wieder gesagt. Ey, du, du, also, setz dir bitte Kopfhörer auf. Nach dem Video, okay? Hellgrün ist raus. Okay, wenn Hellgrün gelieft hat und er sagt Sian, dann ist es auf jeden Fall. Dieses Sian, der macht richtig auf Juju, weil der ist auch immer so richtig, oh, der und der und der, weißt du? Ja, also den würde ich sassen, ja, den auch und, ja, Julio ist einfach cool. Ich feier seine Art bei Among Us. Wie viel Emergency Meeting hat man eingestellt? Einen, ne? Ich hab noch eine Emergency Meeting. Pink Welt. Oh Mist. Ich glaube, es ist Boreal. Äh... Oh, keine Ahnung. Also Skipp, so. Habt ihr Skipps? Du musst es auf den Roten gehen, wie du drückst, Skipp. Ich hab Rot gedrückt. Wow. Es wirkt so ein Horror-Morgen. Ja, aber du weißt nicht, wen ich wähle, weil es anonym bespoten ist. Aber das wird trotzdem... Was ist denn gerade los? Wir bleiben mal zusammen. Ich glaub sogar, dass es Pink sein könnte. Nein, nicht drücken, nicht drücken. Wir bleiben jetzt zusammen. Wir warten jetzt mal ab. Was der Imposter macht. Komm, wir geh zum Edmund hoch. Komm. Komm, kommst du mit. Pink als einziger so ein bisschen, äh, Gelb auch. Ach, Rot gibt's auch noch. Geh weg, Rot. Bleib hier. Du bleibst hier. Hm. Also wenn jetzt Pink tot ist, dann bin ich mir sicher, dass es Rot ist. Kann er nicht nur Rot sein? Komm, wir gehen zusammen. Wir gehen zusammen. Komm. Bleib da. Ganz langsam. Komm. Komm. Jetzt, wo läufst du hin? Ach, da hoch. Jetzt ist es nicht drin. Ich dachte runter. Pink wirkt für mich aber auch sass. Pink oder Rot, denk ich. Grün kann ich mir eigentlich überhaupt nicht vorstellen. Grün ist raus. Gelb meinst du? Grün hat das Spiel verlassen. Das hab ich mir wiederum gemerkt. Warte, wo ist Gelb? Wo ist Gelb? Wo ist Gelb? Es gibt ja Gelb. Gelb ist weg. Keine Ahnung, wo Gelb ist. Such mal mal nach Gelb. Das interessiert mich jetzt einfach. Es kann hier nichts passieren, solange du bei mir bist. Wenn der oben ist die Leichlicht, dann ist es hundertprozentig einer von den zwei. Oh mein Gott. It's red, it's red. Es ist rot. Red. Gelb ist auch tot. Also, es kann nur Red sein. Geht war schon längst tot. Black Wind. Nee, nee. Nee, nee. Nee, nee, nee. Wir waren jetzt gar... Selbst wenn wir jetzt nicht das Kot hätten, hätten wir so gewusst, dass er es ist, weil wir ja zusammen waren. Ja. War auch ne coole Runde, ey. Ich will Gelb, Mann. Nimm Dunkelblau. Nimm Dunkelblau. Okay. Gibt's nicht. Doch. Ach, Dunkelblau ist schon vergeben. Mist. Ey, du bist... Das sieht man ja nicht. Welche Farben gibt's denn noch? Man kann nichts umbringen, wenn du... Man kann nichts umbringen, wenn du dir eine falsche Sache sagst. Nimm Dunkelgrün. Jetzt ist auch Dunkelgrün weg, na toll. Hellgrün. Nimm Hellgrün. 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 Okay, ich hab's. Ich hab's. Bist du jetzt hellgrün? Ich hab's. Nee. Nimm doch hellgrün. Bin ich hellgrün. Vergeben. Hellgrün geht jetzt. Schau doch mal auf den Computer. Hä? Hä? Ah. Ich hab ja nicht gesehen, welche Farbe du hast. Du hast dich hinter dem anderen versteckt. Oh, Raphael ist Imposter. Oh. Das ist ja ein Wunder. Tatsächlich Raphael mal. Okay. Das erste, was du machst, ist den Reaktor beschädigen. Okay. Das ist Pflicht. Ja, das macht mal jetzt Raphael. Und jetzt wirst du beim ersten Noten direkt rausgewartet. Das wär's queren, nee. Ich könnte eine Task hier erledigen. Warte mal. Sechs. Acht. Neun. Zehn. Ich hab doch... Ich hasse dieses... Mhm. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Ist das so schwer? Jo. Aha. Was macht er denn last? Aber da ist ein Wind. Auch Werwolf ist auch hier. Oh Gott. Neun bitte killen. Ist oben. Ich kann ihn jetzt nicht killen, oder? Ups. Das war dumm. Das ist einfach nur schlecht von mir. Typisch Raphael. Natürlich hat's jemand bemerkt, oder? Typisch Raphael. Ja. Das hat auch jemand bemerkt jetzt, oder? Ja, Ali war nebendran. Aber nur Ali. Okay, mal schauen. Ali hat's anscheinend nicht gesehen. Okay, Ali hat's tatsächlich nicht gesehen. Ist das blöd? Okay. Was sagt der? Du hast so Glück, dass... Du hast so Glück, dass Ali das nicht gesehen hat. Aber Orange, sagt Purple. Aber Orange! Okay. Also, ich würde jetzt... Boah, keine Ahnung. Skippen, ja. Und du? Ja, ich auf die Pistole, die ich gerade im Chat besprochen wurde. Okay. Ja, ich bin raus. Sogar Gelb hat mich gewählt. Hat er's doch bemerkt. Ja. Boah, war das schwer. Huh. Das war keine gute Runde. Für den Imposter. Du hast jetzt Imposter gewonnen. Ja. Was? Du hast als Imposter gewonnen. Ja. Was? Warte. Schritt, Start. Start. Äh. Start jetzt. Los. Ihr habt doch Start gedrückt. Hä? Was ist denn da los? Ich... Ich... Ah. Du glaubst nicht, wer Imposter wurde? Ich nicht. Hä? Hä, was war denn jetzt los? Der hat einfach das Spiel verlassen als Imposter. Also ich hätte nicht gedacht, dass der Imposter war. Oderuda fixiert das hin. Äh? Okay. Jetzt geht's? Ich habe einen Verhältnis. Wir machen嗯, der GBP empezмерt das Whatee. Wir machen uns so hoch. Wir machen uns auf die Höhe! Start. Start. Achso. Oh Gott. Alter. Und? 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 Leider nicht. Hm. Okay. Werwolf ist schon mal safe. Der hat ein Scan gemacht. Ja. Okay. Interessant. Ja. Hm. Hm. Das war da. Ja. Jetzt hat der Rafa geschickt. Ey. Weißt du noch, wo du diesen Unfall gemacht hast, wie am meisten gebraucht wird? Was war da? Weißt du, wer geantwortet hat? Wer denn? Julio. Stone. Stone. Und was hat er geschrieben? Was denkst du? Keine Ahnung. Ja. Mich natürlich. Hahaha. Rafa. Wen ärgert ihr am liebsten? Ja. Achso. Diese Umfrage. Stimmt. Danke, Stone. Jo. Hä? Warum haben wir jetzt gewonnen? Ich war grad meine letzte Quest fertig machen. Das gewinnen wir einfach. Ich hab grad überhaupt keine Lust mehr auf Among Us. Ich hab auch keine Lust mehr. Eine Runde noch. Und dann hör mal auf. Warte. 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 Umfang hier. Da. Diese. Ja, du hast in den falschen Chat geschrieben. Das ist mir grad auch aufgefallen. Ja. Ja, ja. Das ist mir grad auch aufgefallen. Das ist mir aufgefallen. Ich hab mir nur gedacht, okay, ich sag mal nichts dazu. Warte. Ich schreib auch mal was. Stockende schreibt. Genau. Ja. Aber jetzt fällt mir nichts mehr ein. Beim letzten Mal einmal Imposter. Ja. Stimmt. 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 Und da verkackt. Ja. Ich war gestern Abend gar nicht. Ein Opfer. Ne Spaß. Was bin ich ein Opfer? Wie die Yoshi ist ne Spaß. Ich schreib mir deinen Opfer. Ich sag mal was. Was bin ich? Fragezeichen. Damit hast du jetzt die Tür weit geöffnet. Gute Frage. Weh. Du schreibst es ein Opfer. Ich bring dich um. Kuh-Mate. Immerhin. Ach, du bist rausgegangen. Null Prozent Imposter. Joa, geht ja noch. Kuh-Mate. 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 Okay, wir alle das Video sehen. Wir haben gerade, ähm, Julio die Frage gestellt. Was bin ich? Ähm, also Raphael hat gerade gefragt, was bin ich? Und dann, ich so, ein Opfer. Oh, Mann, ist das zu genial. Yoshi sind doch immer die Opfer. Ja, voll. Ja. Wenn immer, wenn immer runtergeschmissen war Mario. Ja, ist einfach so. Du, äh, du tötest auch ihn, Yoshi, Mario Maker. Ja. Und du schmeißt mich dann den Abgrund runter. Du sagst dann so, das ist alles nur deine Schild. Packst mich und dann schmeißt mich den Abgrund runter. Das ist alles nur deine Schuld. Oh, Mann. Dann lass die noch, als wir den Powerblock hin und her geschmissen haben. Das war auch geil. So, ich mach gerade noch diese Runde und dann höre ich für heute auf. Hab eh genug aufgenommen. Ja, bestimmt schon wieder zwei Stunden Video. Nein, 55 Minuten gerade. Ey, mach schnell. Ich darf nicht über eine Stunde geraten. Oh, Mann, oh. Nein. Okay, letzte Runde. Sonst kriegst du, sonst kriegst du alles Verbot. Oh, und alles Verbot. Oh, Mann. Ne, das will ich natürlich nicht. Meine Switch hab ich ja schon verboten bekommen. Von der Switch Lite höchstpersönlich. Ja, die ist einfach kaputt gegangen. Was soll ich machen? Die hat sich einfach gedacht, jetzt hab ich keinen Bock mehr für dich da zu sein. Ist wie in einer Beziehung. Irgendwann sagt die Person, ich hab keinen Bock mehr. Ja, ist einfach so. Leider. Der Super Mario, oder? Oh, Laim. Ich weiß nicht, wer es ist. Ich würde auf Super Mario gehen. Da ist halt echt jemand in Among Us gerade Super Mario. Aber weißt du, mit wem es richtig Spaß gemacht hat, heute zu spielen? Hm? Bist du noch da? Mit wem? Ja. Ja, mit wem denn? Jetzt sag. Mit dir, also mit Powerstar. Und mit Werwolf. Werwolf war auch ganz cool. Ich fand Werwolf ganz cool. Was? Was? Light Green, also Laim? Was not the Imposter. Den hat jetzt jeder vermutet. Oh mein Gott. Es ist Super Mario, ganz sicher. Oder Werwolf. Ich sag Super Mario. Schau mal, es tötet dir wieder Yoshi's. Ja, er tötet gleich Raphael, genau. Ja. Ja, ich geh auf Super Mario. Nein. Warum geht Orange auf mich, obwohl er sagt, dass es Star Queen ist? Ja, es war Super Mario, wusste ich's doch. Okay, es war richtig lustig. Ja, es war richtig lustig. So. Also, dann geh ich auch raus. Ich würd sagen, bis zum nächsten Video. Es hat wirklich richtig Spaß gemacht heute wieder. Ich würd sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.